Hallihallo YouTube, hier sind wir wieder, TheElectronicBeatsCap.de Hier geht's mit einem neuen Kurztutorial Denn wie macht man denn einen Effekt wie zum Beispiel Wind oder Rauschen oder was auch immer Das hat uns letztens DJ TuneFish vor genau 33 Minuten, um genau zu sein, gefragt Hey, könntest du mal ein Tutorial machen, wie man so Effekte wie Filter oder Wind einbaut? Würde die gerne nutzen, weiß aber nicht, wie ich sie finde Also machen wir das mal ganz schnell Da das wirklich ziemlich einfach ist, wir gehen hier auf Also Rechtsdeck, Insert, danach 3XOSC Wählen hier überall dieses Rauschen aus Und dann haben wir bereits diesen Wind-Effekt, wenn ihr so wollt Hört sich so aber noch blöd an, so wie Amisenkrieg auf dem Fernseher Deshalb haben wir zwei Möglichkeiten Also mehrere Möglichkeiten, wir automatisieren das Ganze einfach mal Gehen hier auf Rechtsdeck, Create Automation Clip Und dann fügen wir das noch hier ein Also Pattern 1 eben Ah, hier oder hier ist Eigentlich egal Ich mach's mal lieber hier Dann mach ich hier noch so einen Bogen hinein Damit das Ganze sich wie so ein Windhauch anhört Windhauch, Windstoß, wie auch immer Zack Jetzt füge ich hier noch zweites hinein Und dann würde sich das ungefähr so ändern Oder ihr macht das Ganze langsamer, wie es euch beliebt Und dazu passt supergut das Piano Ihr könnt das Ganze natürlich auch über den Mixer machen Geht hier rauf, ladet es in einen freien Mixer-Channel hinein Dann haben wir jetzt den Insert 1, weil wir eh keine Instrumente hier benutzen Und dann können wir das hier noch mit Create Automation Clip machen Oder hier einfach leiser stellen So, ich hoffe es hat dir geholfen, DJ TuneFish Ich hoffe es wird auch euch helfen, den anderen Zuschauern Viel Spaß, tschuuu Seelektronikbeats, Cap.de geht's Bis zum nächsten Mal